Musik 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 Das ist Tiel für Football. Ein herzliches Willkommen zum 42. German Bowl, zum Sharkwater German Bowl im Deutsche Bankpark in Frankfurt, wo heute die Dresden Monarchs gegen die Schwäbisch Hall Unicorns spielen. Es ist das große Fest des deutschen Footballs zu Ende der Saison. Wir freuen uns auf ein spektakuläres Spiel. Zwei der besten Mannschaften Europas treffen aufeinander. Zwei starke Offenses, zwei super Defenses. Wir haben eine interessante Geschichte, weil die Schwäbische Hall Unicorns Verletzungsprobleme haben. Im Halbfinale hat sich Running Back John Santiago verletzt. Auch Quarterback Alexander Haupt hat es nicht richtig fit. Die Unicorns haben mit dem Italo-Amerikaner Riley Hennessy einen neuen Quarterback verpflichtet, der erst seit zehn Tagen bei der Mannschaft ist. Wir wissen nicht, wie viel er heute spielen wird. Wir wissen nicht, wie gut er heute spielen wird. Also Fragen über Fragen rund um diesen German Bowl. Aber wir sind uns sicher, es wird ein interessantes Spiel und wir freuen uns enorm drauf. Hier an den Kommentatorenplätzen, wo ich gleich mit Joachim Ulrich zusammen die Übertragung bei Sport 1 kommentieren werde. Außerdem gibt es daneben gleich die englischsprachige Livestream-Übertragung mit Tino von Eckart und Herod Macmillan. Also die German Football League absolut international unterwegs. Also der German Bowl zwischen den Monarchs und den Unicorns. Und wir schauen uns jetzt gleich die Highlights des Spiels an. Riley Hennessy hieß der Mann, der in der Not helfen sollte bei den Schwäbisch Hall Unicorns. Quarterback Alexander Haupt hat angeschlagen. Also Hennessy, der in dieser Saison mit den Parma Panthers den Italian Bowl gewonnen hat. Der Notnagel für den German Bowl. Und auch Running Back John Santiago rechts im Rollstuhl mit dem Kreuzbandriss nicht mit dabei. Die Schwäbisch Hall Unicorns also auf neuralgischen Positionen stark gehandicapt vor diesem German Bowl gegen die Dresden Monarchs. Los geht's rein ins Spiel. Über 14.000 Zuschauer in Frankfurt im Deutsche Bankpark. Und der erste Kickoff-Return von Charles Oliver von den Dresden Monarchs. Die Monarchs mit einer überragenden Offense angeführt von Quarterback K.J. Carter Samuels. Und dann haben sie sich auch noch kurz vor Ende der Transferperiode Verstärkung geholt mit Running Back Debar Whaley. Ein Running Back mit britischem Pass, der in der SEC College Football gespielt hat für die University of Arkansas. Er läuft hier für acht Yards. Anschließend Dritter und zwei. Und er wird wieder Whaley geschickt. Und da kommt Devin Benton für die Schwäbisch Hall Unicorns. Und tackelt Whaley für Raumverlust. Und die Haller stoppen den ersten gegnerischen Drive. Er endet also mit einem Punt für Dresden. Dann kommt die Haller Offense. Und kleine Überraschung. Alexander Haupert in der Startformation trotz Knieverletzung. Dritter Versuch und zwei. Haupert entkommt. Man sieht nicht so viel von der Knieverletzung. Aber der Pass ist unpräzise. Und Andrew McElroy, der Linebacker, bringt die Hand dazwischen. Also müssen auch die Unicorns panten. Und dieser Punt funktioniert nicht sonderlich gut. Der ist sehr kurz. Alexander Haupert eigentlich Panther Nummer eins. Mit Knieverletzung natürlich nicht. Das erledigte Ari Minden. Aber die Dresdner beginnen an der 40-Yard-Linie der Unicorns. Und der Pass von Carter Samuels auf Anthony Brooks bringt 10 Yards. Und ein neues First Down. Und dann steht Dresden schon an der gegnerischen 14-Yard-Linie. Und Carter Samuels hat die Zeit. Und er findet seinen Nummer eins Receiver, Daryl Stewart, zum Touchdown. 7 zu 0 für Dresden. Stewart gegen Montez Lattimore läuft dann in die Zone rein von Safety Cody Pastorino. Die zwei besten Passverteidiger der Unicorns können Stewart nicht stoppen. Liegt auch daran, dass Lattimore hier nicht ganz im Bild zu sehen ein wenig ausgerutscht war. In dem Moment, in dem er Stewart folgen wollte. Also die ersten Punkte durch eine der produktivsten Kombinationen in der German Football League in dieser Saison. Carter Samuels auf Daryl Stewart. Andere Seite. Hier ist Alexander Haupaten. Da ist Moritz Böhringer, der Wide Receiver, der manchmal auch tight end spielt. Und dann wieder Wide Receiver. Hier kommt er über die Mitte und macht 18 Yards. Anschließend Zweiter und Sieben. Und wie wäre das nochmal mit der Knieverletzung von Alexander Haupat? Davon sieht man hier nicht so viel. Er gibt alles, macht sieben Yards. Und dann, aufgepasst, nächste Situation, nicht ganz im Bild. Deswegen nur in der Wiederholung zu sehen. Alexander Haupat mit einem Pass auf Tyler Ruttenbeck. Der Ball kommt nicht an, aber die Schiedsrichter werfen eine Flagge Charles Oliver von den Dresden Monarchs. Mit einer Passbehinderung damit. Neues First Down für Schwäbischal. Und das war das Zeichen zur Attacke für Headcoach Jordan Newman und Quarterback Alexander Haupat. Denn der geht hier Richtung Endzone. Und da ist Ruttenbeck. Und er hat ihn. Und das ist der Touchdown für die Unicorns. Zumindest mal auf den ersten Blick kommt Schwäbischer Lauf 6 zu 7 heran. Tyler Ruttenbeck, der Veteran auf der Receiver-Position, der gar nicht so viel gespielt hatte in dieser Saison. Schauen wir nochmal drauf. Hat er den Ball tatsächlich gefangen? Bringt beide Hände unter den Ball. Der berührt den Boden nicht. Also Touchdown Schwäbischal, weil er Jonas Gaczek, dem deutschen Cornerback der Dresden Monarchs. Davon läuft Tyler Ruttenbeck also mit den ersten Punkten für die Unicorns. Das Problem für Schwäbischal, der anschließende Extrapunkt von Tim Stadelmeier, war nicht gut. Und damit nur 7 zu 6 für die Dresden Monarchs. Aus Sicht der Unicorns also die Chance auf den Ausgleich liegen gelassen. Was machen die Dresdner mit dem Ballbesitz? Hier ist Carter Samuels, der die Bälle wie immer in dieser Saison stark verteilte. Und dann hat er wieder Daryl Stewart gegen Montez Lannimore. Einer der besten Receiver gegen einen der besten Cornerbacks der German Football League. Ein absolutes Klasse-Duell. Aber Stewart macht hier 36 Yards. Und damit wechseln wir die Seiten rein ins zweite Quarter, wo es weitergeht mit dem Passspiel der Dresden Monarchs und Carter Samuels auf Radim Kalos. Und das sind 14 Yards und das ist ein neues First Down. Aber es war bei weitem nicht nur das Passspiel, auch wenn Carter Samuels die meisten Passjahrze in dieser GFL-Saison erzielt hat. Waggley war immer wieder ein Faktor und da läuft er bis kurz vor die Endzone und dann ist der Ball frei. Und in der Endzone fallen die Schwebischal-Unicorns auf den Ball. Tobias Löffler erobert ihn. Und die Frage war, was ist hier passiert? Und wir gucken uns das nochmal in der Wiederholung an. Zunächst mal der Draw. Die Unicorns-Abwehr reagiert spät. Dann kommt hier der Tackle auf den Ball. Whaley verliert den Ball klar, bevor er am Boden ist. Klar, bevor er in der Endzone ist. Und damit freier Ball und dadurch das Löffler ihn erobert. In der Endzone der Unicorns heißt das Touchback und Ballbesitz für die Haller. Das bedeutet, Schwebischal beginnt an der eigenen 20-Yard-Linie. Und hier ist Alexander Haupert und er hat den Druck und er wirft den Ball weg. Und dann fällt noch ein Abwehrspieler auf ihn drauf und Haupert kommt zur Seitenlinie. Man sieht es hier noch nicht gleich, aber er hat Probleme an der Rechner. Der Wurfschulter zeigt an, da tut es weh, Schlüsselbein. Und Jordan Newman muss dann also doch den Ersatzmann Riley Hennessey aufs Feld schicken. Schiedsrichter Thorsten Nabinger mit der Durchsage obendrauf noch. Intentional Grounding, absichtliches Wegwerfen des Balles, um einen Sack zu verhindern. Also Loss of Down. Und die ganze Aktion zählt als Sack für Johan Myangé von den Dresden Monarchs. Wir schauen noch mal drauf. Unglücklich, wie Haupert da auf die Schulter fällt. Und es ist tatsächlich kein Receiver in der Nähe. Also die Entscheidung der Schiedsrichter. Klar, richtig. Die Haller dann nicht in der Lage, ein First Down zu machen. Und Pius Brosinetsky puntet aus der eigenen Endzone beim vierten und achtundzwanzig. Und der Return von Charles Oliver, das ging gerade so gut für die Monarchs. Beinahe ein Ballverlust. Aber dann wieder die Offense. Und da ist wieder der Waweley. Hat ja was gut zu machen nach seinem Fumble. Läuft hier für ein neues First Down. Und kurz danach die Monarchs genau da, wo sie kurz zuvor schon mal waren, als Wailey gefampelt hatte. Nämlich knapp vor der Haller Endzone. Und wieder ein Desaster für Dresden. Der Pass von Carter Samuels abgefälscht und dann abgefangen von Montez Lattimore. Da müssen wir jetzt drauf schauen. Dieses Play hat ziemlich viele interessante Elemente. Zunächst mal die Frage, was war eigentlich passiert, dass dieser Ball da landet, wo er runtergekommen ist. Cody Pastorino bringt die Hand an den Ball. Deswegen landet er nicht bei Daryl Stewart. Dann Lattimore, der sich überlegt, aus der Endzone rauszulaufen. Seine Meinung ändert. Die Frage ist, war er draußen? Ist er dann wieder zurück? Dann wäre es ein Safety gegen Schwäbisch Hall. Aber Lattimore steigt gerade noch rechtzeitig in die Eisen. Der Ball wohl nicht. In vollem Umfang über der Goal-Line. Und damit also wieder ein Touchback. Und die Haller beginnen an der eigenen 20-Yard-Linie. Haben einen zweiten Verduch und neun. Und Riley Hennessey ist jetzt der Quarterback. Und er wirft hier vollständig auf Moritz Böhringer. Hennessey, der Quarterback der italienischen Nationalmannschaft ist. Und daher die Haller Alessandro Vergani, Cody Pastorino und Nick Alfieri schon bestens kennt. Hennessey ein guter Perser. Aber er kann auch die Beine in die Hände nehmen. Und wenn es sein muss, selbst ein First-Downer laufen, so wie er das hier macht. 17 Yards. Und so bewegen die Unicorns den Ball bis in die Dresdner Hälfte. Sind jetzt an der 10-Yard-Linie. Und Hennessey mit dem Touchdown-Pass auf Tyler Ruttenbeck. Und die Unicorns gehen in Führung. Es steht 12 zu 7. Play-Action. Und dann das Duell Ruttenbeck gegen Charles Oliver. Also der beste Cornerback gegen den besten Receiver auf beiden Seiten. Und der Pass von Hennessey perfekt platziert zur Außenseite, wo ihn nur sein Mann fangen kann. Und damit also der zweite Touchdown für die Schwäbische Unicorns. Und der erste von Riley Hennessey in dieser Partie. Und der erste im deutschen Football für Hennessey. Nach dem vergegenden Extrapunkt wollte Jordan Newman mit einer Two-Point-Conversion die fehlten Punkte wieder zurückholen. Also die Haller schon sehr früh mit einem Versuch eine Two-Point-Conversion auszuspielen. Und der Pass von Hennessey gedacht für Moritz Böhringer. Da gab es Kontakt, der diskutabel war. Aber die Schiedsrichter sagten einfach unvollständig, auch wenn Böhringer das anders sah. Und damit das Ende der ersten Halbzeit. Und eine 12 zu 7 Führung für die Schwäbische Unicorns. Alexander Haupater, der Seitenliegen, es war klar, er kam nicht mehr zurück. Aber trotzdem dankbar seinem Trainer, dass er die Chance bekommen hat, zum allerersten Mal in einem German Bowl zu spielen. Also Halbzeitstand 12 zu 7 Schwäbisch Hall. Fehler der Dresden Monarchs ermöglichten den Unicorns diese Führung. Also Halbzeitstand 12 zu 7 Führung. Wir haben in Kontrollen. Wie wir in Kontrollen, die wir jetzt nicht mit den anderen Halbzeitstunden haben. Wir haben die ganze Karte für den nächsten间en. Wir haben das in der Hand. Wir haben die Fische. Wir haben die Fische. Wenn diese Fische bis zum Blocken gehalten. Dann geht es um den Spannungsfreund. Sie werden die Fische. Sie dürfen eine Langehörter, und sie werden es in die Fische sagen bekommen. Freunden. Jetzt mach es so. Lторов an diese Fische. Aber ich sehe auch einige Leute, die sich selbst daran interessieren. Ihr seid in dieser fucking Haus. Wir haben so lange dominiert. Wir haben ein paar Fehler gemacht. Aber wir sind die besseren Team. Ich habe einen besseren Job gemacht, dass ihr euch zu callen, Quaker, Defensively. All right, Offensively, keep rolling, keep rolling, keep rolling. But we need everybody in here to look each other in the eye and say, We got this. The pack of wolves, the pack of wolves needs every fucking body in here. And you guys got this. Because you guys get the fucking balls to do this. Because it's tough to go out there again and say, You know what, fuck you, I'm gonna bring it again. That's tough. But do that, because I've seen that from you guys. Have fun. Have fun out there. And leave everything on the field. Because we're the better team. I don't give a shit what they're doing. We're the better team. Believe in yourself and believe in your teammates. We need every single one here. All right? Offensively, you guys are over here. Defense, we're right here. Go! 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 ja noch nie gelungen und deswegen gehen sie volles Risiko zu Beginn der zweiten Halbzeit, aber das geht nach hinten los. Ein Onside-Kick-Versuch von Kicker Florian Finke, der versucht sich da den Ball selbst vorzulegen und er trifft ihn nicht richtig. Rutscht mit der Sohle so über den Ball, dass der nicht die erforderlichen 10 Yards zurücklegt, bis Finke ihn erobern kann. Ein bitterer Auftakt für Dresden und der nächste Fehler der Monarchs, der den Unicorns Tür und Tor öffnet. Da sehen wir es nochmal. Der Ball schafft gerade mal drei Yards, 10 hätte er zurücklegen müssen, bevor ihn der Kicker erobern darf. Also die Fans der Unicorns, hoffnungsfroh und natürlich auch froh darüber auf der Anzeigetafel im Stadion zu sehen zu sein. Was machen die Unicorns daraus? Also Riley Hennessy weiter der Quarterback, klar Hauptmann kann nicht mehr zurückkommen. Yannick Meier ist der Wide Receiver, der diesen Pass hier fängt für 13 Yards. Und dann der Ball an der 26 der Monarchs und Hennessy. Schaut da auf die linke Seite und da ist Yannick Meier. Und das ist der Touchdown für die Schwäbisch Hall Unicorns, 19 zu 7. Das ging ganz schnell. Nach Beginn der zweiten Halbzeit, die Unicorns bauen ihre Führung aus. Hier nicht ganz im Bild zu sehen, aber die zwei Dresdner Verteidiger laufen da ineinander rein. Deswegen liegt Gaczek hier am Boden. Und der Weg ist frei für Meier. Also jetzt die Dresdner Offense gefragt. Carter Samuels auf Stewart und der fängt den Ball da in Bedrängnis. Ganz stark von Daryl Stewart für 20 Yards. Die Dresdner, die den Ball gut bewegt hatten, die mehr vom Spiel hatten in der ersten Halbzeit, aber mit ihren Fehlern die Unicorns eingeladen hatten. Und Schwäbisch Hall hat diese Gelegenheiten auch konsequent ausgenutzt. Und dann ist hier wieder Deva Whaley mit einem Draw. Und das war ein Spielzug, der den Hallern immer wieder wehtat in dieser Partie. Dieser angetäuschte Pass und der verzögerte Hand-of-die-Ball-Übergabe zum Running Back. Damit kam die Haller kaum zurecht. Dann hier Vierter und Drei. Nächste kritische Situation. Kurzer Pass auf Radim Carlos und er gibt alles, wirft sich nach vorne. Fällt genau auf die markierte Linie für das First Down. Es reicht gerade so eben. Also Maßarbeit von Radim Carlos. Und auch in dieser Einstellung dann nochmal zu erkennen, wie knapp das war. Millimeter. First Down Dresden. Kurz danach dann dritter Versuch und sieben. Und was kommt? Wieder der Draw. Der verzögerte Hand-off zu Whaley. Und das sieht aus wie die Situation vor seinem Fumble mit einem entscheidenden Unterschied. Er verliert diesmal den Ball nicht. Der Weg ist frei in die Endzone. Whaley muss einen Verteidiger aussteigen lassen. Bekommt noch einen Block dazu von seinem Offensive Lineman. Das Trikot mittlerweile zerrissen. Aber Whaley oben auf. Touchdown Dresden. Es steht 14 zu 19 aus Sicht der Monarchs. Und sie konnten ja mit Fug und Recht von sich sagen, die Haller Defense hat uns nicht stoppen können, wenn wir ihnen nicht dabei geholfen haben. Also der war Whaley, der anschließend das Trikot wechseln musste mit der Nummer 44 weiterspielt. Der andere Seite. Was machen die Unicorns? Hier ist Hennessy und da ist der Druck. Und da wird er gesackt von Apelu Kaulana. Der heimarianische Linebacker der Dresden Monarchs zur Stelle. Anschließend dann Punt von Ari Minden und auch der wird geblockt. Auch das geht schief. Die Special Teams der Unicorns mit Fehlern in dieser Partie. Ein sehr kurzer Punt in der ersten Halbzeit. Verschossener Extrapunkt. Und jetzt hier der geblockte Punt. Robin Wilczek bringt die Finger dazwischen. Und damit dann Deluxe Ausgangsposition für die Offense der Dresden Monarchs. Die Einladung für die Monarchen ausgesprochen. Was machen sie daraus? Dritter und Vier an der gegnerischen Acht-Yard-Linie. Und da ist der Pass von Carter Samuels gedacht für Whaley. Der Ball ist unvollständig und damit gibt es keinen Touchdown für Dresden, sondern einen Fehlkopfversuch von Florian Finke aus 25 Yards. Einer der besten Kicker der German Football League mit dem Malheur zu Beginn der zweiten Halbzeit. Aber hier ist er sicher und trifft zum 17 zu 19. Also nur noch zwei Punkte hinten die Dresden Monarchs. Und jetzt wieder mit dem Selbstvertrauen, dass sie den Ball ja bewegen können. Und das ist der anschließende Kickoff. Und dann reden wir wieder über die Special Teams und wir reden über die Haller Special Teams. Kickoff Return von Yannick Mayer. Der fängt den Ball kurz vor der eigenen Endzone, rutscht aus mit dem Knie am Boden und damit beginnt Hall an der eigenen Eins. Ganz schwierige Ausgangssituation, aber Riley Hennessey tut so, als wäre das gar kein Problem. Langer Pass auf Tyler Rutenbeck, 25 Yards. Schlägt Charles Oliver da ganz nah an der Seitenlinie, aber im Feld, sagen die Schiedsrichter. Dann Seitenwechsel rein ins vierte Quarter und Hennessey mit der Chance auf den Touchdown. Da hat er die Zeit und dann hat er einen vollkommen freien Doronte Smith. Der Pass unvollständig, fängt er den, ist der Weg in die Endzone frei. Stattdessen gibt es einen Punt und die Dresdner weiter oben auf mit ihrer Offense. Und Carter Samuels. Und den Ball zu Daryl Stewart. Und das ist ein neues First Down in der gegnerischen Hälfte. Stewart, den die Haller da kaum zu Boden bringen. Am Ende sind es 13 Yards. Weiter Carter Samuels, der die Bälle fantastisch verteilte, findet hier Antec Podgorski, der polnische Wide Receiver, der in der zweiten Saisonhälfte eher eine Nebenrolle gespielt hatte mit 26 Yards. Und dann potenzielles Desaster für Dresden. Schlechter Snap. Carter Samuels kann er nicht kontrollieren. Raphael Zistler versucht sich draufzuwerfen für Schwäbisch Hall. Aber Carter Samuels rettet gerade so den Ballbesitz für Dresden. Football ist manchmal eine Sache von Millimetern und da hatten die Haller die Chance, den Gegner zu stoppen und schaffen es nicht. Zistler verpasst den Ball. Also kein Touchdown, aber ein Fieldgoal. Florian Finke trifft erneut und damit holt sich Dresden die Führung in diesem Spiel zurück. Es steht 20 zu 19 für die Dresden Monarchs. Das ist der anschließende Kick-Off und wir reden dann wieder über die Haller Special Teams. Das ist erneut Janik Mayer. Lässt erstmal den Ball aufprallen. Erster Fehler. Dann läuft er einen Bogen hinten rum. Statt rauszuholen, was geht, wird wieder kurz vor der eigenen Endzone gestoppt. Janik Mayer mit zwei schweren Fehlern bei seinen Kick-Off-Returns. Und das ist der anschließende Pass von Riley Hennessy aus der eigenen Endzone. Er sucht Tyler Ruttenbeck, aber er findet Jonas Gaczek und der bringt den Ball zurück Richtung Haller Endzone. Die Dresdner jubeln, Touchdown war es wohl nicht bei diesem Return, aber auf jeden Fall ein Turnover und trotzdem ein Problem bei diesem Play. Wir schauen noch mal drauf. Hennessy bekommt ein bisschen Druck, der Ball ist ein bisschen zu kurz geraten und Gaczek fängt den fantastisch. Nur die Schiedsrichter hatten nach dem abgefangenen Ball aus Versehen abgepfiffen. Und deswegen zählt der Return von Gaczek nicht. Wir sehen hier noch mal, in der Endzone war er wohl nicht, aber er wäre bis zur Ein- oder Zwei-Yard-Linie gekommen. Stattdessen die Dresdner also dann doch deutlich weiter hinten mit dem Start ihres Drives, nämlich an der Stelle, an der die Interception gefangen wurde. Tyler Ruttenbeck am guten Tag verhindert er in dieser Situation. Die Interception gelingt ihm hier nicht. Stattdessen Dritter und Drei für Dresden und die Haller riskieren alles defensiv und da sagt dann Radim Carlos, Dankeschön, den nehme ich, bring ihn in die Endzone. 28 zu 19. Schauen wir noch mal drauf. Carter Samuels zur Seite. Der Haller-Verteidiger Christian Köppe will alles, nämlich er will die Interception und den Touchdown für die Unicorns, aber er läuft am Ball vorbei und dann ist der Weg frei in die Endzone zum Touchdown. Und die Dresdner bauen ihre Führung aus. Und zwar dann tatsächlich auf 9 Punkte und 28 zu 19 mit dieser Conversion auf. Da war O'Reilly und ich habe es vorhin schon mal angesprochen, jetzt also O'Reilly mit der Nummer 44 auf dem Feld, nicht mehr mit der Nummer 12. Das Trikot war zerrissen. Jetzt aber Mordsdruck auf die Offense der Unicorns. Hennessy auf Meier für 12 Yards. 9 Punkte Rückstand, das heißt, Hall muss auf jeden Fall zweimal punkten, also ein Touchdown und ein Fieldgoal würde reichen, um die Führung zu übernehmen. Reihenfolge ist egal, 2. und 10. Hennessy auf Moritz Böhringer schafft nicht ganz das neue First Down. Fehlt noch ein bisschen was. Und der Fuß auf dem Gaspedal für O'Reilly, Hennessy und Co. Quarterback Sneak, aber abgepfiffen von den Schiedsrichtern. Ein Fehlstart und damit nicht mehr 3. und 1, sondern 3. und 6. Also sagt Jordan Newman, ich habe einen guten Kicker mit Tim Stadelmeier, den schicke ich aufs Feld. Und der bringt uns hier die 3 Punkte, die wir ohnehin brauchen. Das ist die Theorie. Und die Praxis sieht so aus. Stadelmeier verschießt aus 29 Yards. Normalerweise ist er sicher aus diesen Distanzen, aber hier nicht. Und das war die Entscheidung im Spiel. Die Dresden Monarchs gewinnen also zum allerersten Mal den German Bowl 28 zu 19. Unter dem Strich verdient, weil die Dresdner den Ball besser bewegt haben als der Gegner in dieser Partie. Und die Dresdner in der ersten Halbzeit mit mehr Fehlern, die Haller in der zweiten Halbzeit unter dem Strich. Dresden Monarchs, also deutscher Meister. Herzlichen Glückwunsch Dresden. Zum allerersten Mal geht die deutsche Footballmeisterschaft nach Sachsen. Bei mir ist jetzt Jörg Dresdner, Geschäftsführer der Monarchs. Jörgs, herzlichen Glückwunsch. Aus Dresden hat sich immer noch nicht richtig sagen, hat lange genug gedauert, oder? Wir haben viel Geduld mitbringen müssen, aber umso mehr, desto größer ist die Freude jetzt. Wie groß ist die Freude, weil es ausgeregt gegen Halles? Ach, das hat nichts mit Teil zu tun. Das ist einfach nur endlich mal Champion sein. Das ist so ein langer Weg gewesen. Wir wären nächstes Jahr 30 Jahre und endlich haben wir es geschafft. Und war es, also, war es die ersten Jahre der GfL auch weit entfernt, so Titelkandidat zu sein? Wann ist denn so der Umbruch und das Gefühl entstanden, dass in Dresden so was Großes wächst, was deutscher Meister werden kann? Ich würde das gar nicht an einem Zeitpunkt festmachen. Wir waren ja schon immer mal nah dran. Dass wir heute gegen Hall gewonnen haben, macht es natürlich umso wertvoller vielleicht den Titel, weil einfach wir an Hall die letzten fünf, sechs Jahre einfach gescheitert sind. Was bedeutet das jetzt für die Monarchs in Dresden ganz besonders? Für uns ist es toll, für unsere Fans, die uns die ganzen Jahre supportet haben, ist es einfach der Hammer. Und wir hoffen uns natürlich, klar, wir hoffen, wir kriegen einen Zulauf. Es ist toll. Jetzt seid ihr deutscher Meister, jetzt wird euch erst da rumgebaut. Wie schwer wird es jetzt die nächsten ein, zwei Jahre, wirklich auf diesem Erfolg aufzubauen? Ich denke, wir sind ein sehr konstant arbeitender Verein. Ich denke nicht, dass es nicht schwer wird, da aufzubauen. Es ist nicht nur die Last, weil wir jetzt sind wir nicht mehr der Underdog, jetzt sind wir der Gejagte für nächstes Jahr und dann dementsprechend müssen wir uns stellen. Jetzt mal an, aus Herz, ab wann hast du heute dran geglaubt? Na, gehofft habe ich das ganze Spiel über, aber echt. Aber wirklich dran geglaubt. Aber du hast ja gesehen, wir haben alles für die Show getan. Also es war spannend bis zur letzten Sekunde. Mitten aus der Spielertraube, bevor es gleich den Pokal gibt, Tim Hagenmann, wie, erst mal Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft, wie fühlt es sich an? Unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Ich kann es im Moment nicht in Worten fassen. Einfach nur unglaublich. Unglaublich nach so einem Spiel. Yes, sir! Es war klar, dass wir nicht trocken nach Hause gehen. Alles gut. Wie, du gehörst auch zu denjenigen, die schon ein paar Jahre in Dresden sind, die immer wieder an Hall gescheitert sind. Wie fühlt es sich an, sie endlich gestarkt zu haben? Es kann nicht besser sein. Es ist wie ein Traum, wie ein Traum, der in Erfüllung geht. Zweimal in Hall verloren. Was kann es für eine bessere Geschichte geben, wie Hall im Final zu schlagen? Unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Wie ist es als Spieler hier? Es war das Spiel so laut. Wie schwer ist es, es sich anzupassen als Fanspieler? Es ist schwierig zu kommunizieren, aber wir haben die ganze Woche gut trainiert mit lauter Musik. Wir haben unglaublich tolle Fans, die machen immer extrem viel Kraft bei unseren Heimspielen und von dem her sind wir uns gut geworden. Wie sieht die Zukunft für dich jetzt aus? Geht es weiter in den Rüsten? Wir feiern uns heute Abend und dann gehen wir über die Zukunft. Okay, dann hat es viel Spaß beim Feiern. Vielen Dank. Ja, ich finde, dass wir für ein bisschen mehr als zwei Quarters haben wir ziemlich gut gespielt und dann plötzlich war es aus. Wir haben dann ja einen Blockpunt bekommen, Kick-Off in der 1-Yard-Line, keine Punkte mehr gemacht, misspill-Gauls in der Endverabend und haben einfach zu viele Fehler gemacht. Und das ist auch so. Die sind eine gute Mannschaft und die haben das verdient gewonnen. Jetzt war es so, dass man das Gefühl hatte, dass Dresden das Team ist, das zu viele Fehler macht. Die ersten zwei, zweieinhalb Quarter. Und dass ihr eigentlich so ein bisschen die Hand dran habt. Was ist dann passiert? Ist das irgendwie zu erklären? Ja, es ist schwer zu erklären jetzt im Moment, weil ich finde, dass insbesondere nach der, als wir den Drittel-Viertel angefangen haben mit diesem Onside-Kick und dann gleich einen Touchdown gemacht und dann ab diesem Zeitpunkt haben wir nicht das Spiel fertig gemacht und die haben das gemacht. Wie geht man jetzt mit dieser Niederlage um? Wie fällt die Saisonbilanz aus? Man hat die CFL gewonnen, man ist Meister im Süden geworden, man hat jetzt leider wieder genauso wie vor zwei Jahren den German Bull verloren. Und was nimmt man aus so einer Saison mit? Wir haben viele Sachen sehr gut gemacht, wir sind natürlich sehr stolz auf, was wir erreicht haben. Aber die Erwartungen sind sehr, sehr hoch mit Schwäbisch Hall. Und wenn man so eine Niederlage bekommt, es tut richtig weh. Und es tut einfach weh jetzt im Moment. Wie fit war Alex Haupert? Weil wir haben ihn am Anfang relativ spielen sehen, er war auch mobil, dann hat er sich das Schlüsselbein verletzt. Hätte er durchspielen können? Oder wie fit war er wirklich? Nach dieser Schlüsselbeinverletzung war er komplett raus. Das war Schluss. Aber ich bin sehr, sehr stolz auf ihn. Er hat natürlich keine Knieverletzungen, aber trotzdem hat er hart gespielt, hat er gekampft und gut gespielt. Und dann haben wir ihn verloren, aber Riley hat das auch ziemlich gut gemacht, dass er reinkommt. Er war hier zehn Tage, aber trotzdem, ja, gut gespielt. Ja, verlieren ist scheiße, aber wir haben selber verkackt mit dummen Fehlern und, ja, passiert. Was hat dir heute gefehlt denn? Gerade in der zweiten Halbzeit. Irgendwie hat man das Gefühl, am Anfang macht Dresden die Fehler, ihr nutzt die aus. Und irgendwie ist es dann gekippt, was ist da passiert? Ja, keine Ahnung. Wir haben einfach nicht mehr den Ball so bewegt und dann dumme Fehler gemacht. Zwei Returns bei der Einjahrt angefangen. Es ist halt schwer, wenn es fällt, so lange ist, dann konstant pumpen zu machen. Wie fällt jetzt das persönliche Fazit für dich diese Saison aus? Ihr habt die CFL gewonnen, ihr seid ungeschlagen Südmeister geworden, seid in den German Bowl eingezogen, habt den jetzt verloren. Was nimmt man so, wie ist die Bilanz persönlich dann für einen Spieler noch seiner Saison? Ja, war fast perfekt bis auf heute, aber, ja, kann nicht immer gewinnen. Wie war es für dich jetzt wieder, die Saison schön Bescheid zu spielen, nachdem du die ganzen Jahre drüben warst? Ja, war auf jeden Fall schön, wieder einfach aufgenommen worden zu sein, als ob man nie weg war. Und ja, hat auch immer Spaß gemacht. Die Frage ist dann natürlich, wie haben wir schon irgendwelche Pläne für 2022? Nee, weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Bei mir ist jetzt Christian Piwatz. Christian, du bist Kultusminister, du bist Präsident des Verbands in Sachsen, aber zuallererst bist du Fan der Dresden Monarchs. Christian, die Dresden Monarchs sind deutscher Meister. Ja, ich kann es noch nicht fassen. Gerade eben kamen wir an den Champions von Queen und wir haben uns immer vorgestellt, wie das ist, wenn es einmal für die eigene Mannschaft gespielt wird. Und nach so langen Jahren ist es jetzt endlich so weit und das ist unbeschreiblich. Wir haben Relegationen zusammen kommentiert. Die Dresden Monarchs haben sehr langen Geduldsfahrten gebraucht, acht Jahre zwischen den German Bowl Teilnahmen und unzählige Fahrten nach Halb. Wie fühlt es sich jetzt an? Es wirkt noch gar nicht. Ich hatte schon in der Halbzeit gedacht, wir müssen wahrscheinlich den Geduldsfahrt noch mal ein bisschen länger spinnen, weil eben verdammt viele Fehler dabei waren. Aber was sie in der zweiten Halbzeit jetzt hier hingelegt haben, das hat so viel von Teamgeist gezeigt und von dem unbedingten Willen, das jetzt endlich zu schaffen. Und es ist zum Schluss einfach ein geiles Gefühl. Wann hast du angefangen, wirklich dran zu glauben? Ich weiß, du bist manchmal überoptimistisch und manchmal überpessimistisch. Und das Spiel hatte Potenzial für beides. Naja, wie gesagt, also mit dem ersten Touchdown nach der Halbzeitpause der Unicorns dachte ich, das wird jetzt verdammt schwer, die kommen in den Rhythmus. Aber als dann die Interception gefangen wurde, als sie sich rangekämpft haben, als sie, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Punkte an Ansert gemacht haben, da war dann klar, das könnte hier noch gehen. Aber es war bis zum Schluss noch mal ein harter Fight. Jetzt, du bist Dresdner, was bedeutet der Titel für die Monarchs in Dresden selbst? Naja, also ich glaube, dass das jetzt ein Statement ist, nachdem wir ja einen Fußballverein haben, der sehr stark ist, nachdem wir die Volleyball-Damen haben, die ja schon mehrere deutsche Meistertitel gewonnen haben, dass die Monarchs jetzt einfach gleichberechtigt da drin sind, und das zeigen ja auch die Zuschauerzahlen, die wir mittlerweile haben. Und es ist ein unwahrscheinlicher Schub für die ganze Organisation, die über die letzten, ja fast 30 Jahre organisch, langsam, aber stetig gewachsen ist. Und das wird jetzt noch mal den richtigen Schub nach vorn bringen. Wie gewinnst du jetzt damit um, dass du jetzt sechs Monate die Monarchs als deutscher Meister betrachten kannst? Also quasi, die GFL-Saison auf dem Höhepunkt. Du brauchst nicht mehr die Patriots, um dich zu retten. Ja, die Patriots wird es weiterhin geben, aber es werden jetzt sechs oder sieben Monate mit einem breiten Grinsen sein, wenn man sich daran erinnert. Und ich sag mal so, wir haben alle ein bisschen was dazu beigetragen, und vor allen Dingen diejenigen, die im Verein unwahrscheinlich viel ehrenamtlich machen, und die haben sich das verdient, und die können noch ein breiteres Grinsen haben. Es ist einfach ein geiles Gefühl. Bei mir holzt Däuber, Headcoach der Dresden-Monarchs-Wolz. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Titel. Vielen Dank. Traum erfüllt? Ja, natürlich. Wenn das kein Traum erfüllt ist, dann weiß ich nicht, was ein Traum erfüllt ist. Aber es hätte auch ganz schnell zum Alltraum mutieren können. Reden wir mal über das Spiel. Also die Fans und auch wir Beobachter, wir saßen da zur Halbzeit und dachten so, das ist eine Halbzeit, aus der wir auf Dresden nicht rausgehen und im Rückstand sein. Wie sieht es der Coach? Ja, da haben wir genauso gesehen. Wir sind in die Halbzeit gegangen, haben gesagt, wir sind das bessere Team. Wir haben Fehler auf der Seite gemacht, wir haben Fehler auf dem Feld gemacht. und daraus haben wir wieder gelernt, dass wir das nicht machen dürfen. Und haben aber auch Confidence gehabt, dass wir das wieder drehen können. Und dann kommt die aus der Halbzeit und dann tritt der Kicker am Ball vorbei. Wie fühlt man sich da an der Seinlinie? Das ist natürlich ätzend. Aber das eine Play entscheidet nicht, nicht über den Ausgang. Die Defense hätte sie stoppen können, die Offenseite keine Turnovers machen können. Wir sind ein Team von über 70 Leuten. Da muss jeder für jeden da. Und wenn jemand einen Fehler macht, dann müssen die anderen ihm helfen. Es fühlte sich ja das ganze Spiel so an, als fährt hier die dominantere Mannschaft. Bloß dafür kann man sich im Football nichts kaufen. Letztendlich so ab Mitte dritte Korte hat man das aber dann auch auf dem Feld gesehen. Gab es irgendwas, was den Unterschied gemacht hat, warum es plötzlich geklickt hat? Oder war das wirklich Execution? Das war Execution. Execution. Vor allem ich habe an die Spieler geglaubt. Ich habe die mehr machen lassen, als dass ich zu viel Einfluss genommen habe. Und die haben gezeigt, dass sie das hinkriegen. Du hast schon wieder bescheuert in der Vergangenheit. Wie viele Herzen schlagen heute Abend in deiner Brust? Welche schlägt stärker? Also das, was einfach toll war und schön war für mich zu sehen, wenn ich vor dem Spiel rausgehe, zum Warm-up beglückwünschen mich Leute aus Schwäbisch Hall oder sagen Leute aus Schwäbisch Hall Hallo und genauso von den Dresden Monarchs. Da gibt es keine, es gibt eine Rivalry, aber kein Kampf oder Hass oder sonst irgendwie was gegeneinander. Es ist einfach schön, dass man das sehen kann. Und ich freue mich natürlich super, dass wir gewonnen haben. Ich hätte es den Hallern nicht gegönnt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hier gewinnen will. Aber ich freue mich auch, wie wir als Teams und als Football-Family zu dem Ganzen stehen können. Nun bist du ja etwas kürzer im Verein als viele andere, die rennen dem Titel seit Jahren hinterher. Jetzt hast du diesen Wunsch erfüllt. Wir haben diese Gesichter gesehen, der Dresden Monarchs, Spielerfans, die einfach wunderbar, also die einfach freudestrahlend sind. Wie fühlt man sich da als Coach, wenn man den Leuten diesen Wunsch erfüllen kann? Ja, das, also wir haben ja Leute dabei, die sind schon seit 30 Jahren im Verein und für die ist es einfach Wahnsinn, dass die sich auch den Traum mit erfüllen konnten mit uns zusammen. Wie schwer ist es in so einer Corona-Saison, wo die Vorbereitung auch so lief, wie sie lief, wirklich so etwas wie regulären Spielbetrieb durchzuführen? Also wenn du jetzt zurückblickst, wie schwer war es oder war es dann doch irgendwann Routine? Das war Routine. Also wir hatten auch das während der Corona-Zeit schon trainiert und dann haben wir an dem angeschlossen, was wir immer machen. Und insofern war das auf jeden Fall für uns Routine. Dann muss man halt ein bisschen mehr testen, muss man ein paar Sachen hier und da machen, ein paar mehr Hubs, durch die man springen muss. Aber insofern war das für uns, dadurch, dass wir halt den Backbone von unserem Verein haben, sehr, sehr gut zu lösen. Ihr habt dieses Jahr ein Spiel verloren, das erste. Wie wichtig, rückblickend war das als Weckruf? Oder wie schätzt du dieses Spiel dann ein? Das ist ein Spiel zur Perfect Season. Ärgert das einen dann? Also mich ärgert das nicht. Es hat mich insofern geärgert, wenn wir das gewonnen hätten, wäre es schon klarer gewesen, dass wir Nordmeister werden. Aber insofern war es gut. Wir mussten keine Leute schonen oder konnten keine Leute schonen. Das war gut für uns, wie wir das alles so geregelt haben. Mich ärgert gerade heute Abend gar nichts. Oh, I'm still on quest meaning. Waiting, lurking, searching, screaming. Oh, I refuse to remain steady. No matter how far I stray, anything is better than dead. Either way It's never today, you know tomorrow Any lost way down with sorrow Take my hand or let me know Cause I only dreamin', wishful blinkin'. Lights are up but I'm still blinkin'. Take my hand or let me go Oh, I'm still trying to stay in the winter Waiting for the night to splinter Oh, I'm still trying to stay in the winter Oh, I'm still trying to stay in the winter Oh, I'm bound to take my chances Even if I shall decay Anything is better than dead Either way Either way Either way Either way Take my hand or let me go Go Oh, I'm still trying to stay in the winter Cause I just can't be down Wanna get out Better than mine Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.